...Hindernis 3. ... legalisiert die Bestzeit im Hinernis 5. Die Bestzeit im Hinernis 3. Die jungen deutschen Frauen machen Druck nach vorne. Die entfablierten Leon Hadrich aus der Schweiz und Rudi Tierhofer aus Österreich sind gefordert. Heute geht ihr ein super Tisch dran. Sehen Sie die jungen Leute... Go, 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 go!